ja morgens ein kinder ist hier von der aktu war ja ich war ihm mit xeno gratis und wollte mal schauen ob ich an der jahrmann auch ein bisschen weiter machen kann wurde dann aber langweilig und da war der gute mobile und er sagte du hier groß der hat eine privatnachricht soll das hier mal angucken habe ich getan und nun stehe ich hier auf 76 127 das ist eigentlich gar nicht so weit weg von unserem weißlack spot bzw wo wir mal auf weißlachs gefischt haben das ist nämlich genau der spot hier und dann hat er mich hergeschickt hat gesagt nimm mal ein 22 garten eintragsfliege solo ein meter tief hat mir aber nicht gesagt wie weit raus und hat mir auch nicht gesagt was ich fand der fuchs sich wohl gedacht komm überraschen wir den alten ghost rider macht vielleicht freut er sich ja und was soll ich sagen ich denke mal er wollte mir ein spot für ein siechling ans herz legen denn der läuft hier die ganze zeit ein auf ein meter tiefe mit der eintragsfliege und ein 22 garten ich persönlich würde ja mit 19 hagen pushen habe ich zwischenzeitlich auch getan wenn jetzt seit zehn minuten hier das erste tier war eine hasel die eingestiegen ist und dann halt sich das wieder nase die braucht man hier übrigens auch als troffi das heißt es gar nicht so schlimm wenn beide farben hier einsteigen hasel und siechling auf den gleichen köder am gleichen spot hat man vielleicht die möglichkeit ein dieser beiden tiere hier eine schnur zu bekommen ich bin relativ spät angekommen was das ganze jetzt ein wenig verkürzt sagen wir so von dem heutigen tag der angelei werde mich aber gleich frühmorgens hier wieder herbegeben und weiter auf den siechling stippen und mal gucken was so geht da seid ihr recht herzlich eingeladen wenn wir gemeinsam gucken ob wir ein von diesen beiden kaspern hier abfischen können die hasel ist echt klein vielleicht doch ein 19er haken werde ich nicht wenn man gut anna bella ja sie auf dem 24 haben gezogen das immer schwer dass immer dieses man weiß es nicht mehr je größer der haken desto kleiner der fisch das kleine haken desto größer der fisch also manchmal habe ich das gefühl dass er ist kaspi auf den habe ich tatsächlich gehofft weil gegen 18 uhr oder gegen abend meistens kaspern maisfisch und die schwarzmeer gurkenlaube nein der kaspern maisfisch und die seelaube und der brachnikow herring gerne mal einsteigen und hier eine sardine die kann weg obwohl wir die ab und zu auch im café finden ja schauen wir mal also ich werde jetzt hier schön durchtreiben lassen noch den abend um zu gucken ob der kaspern noch weiter einläuft ob man in seelaube vorbei geschieht da kommt der brachnikow oder aber auch der schwarzrücken herring auch den braucht man hier die eintagsfliege triggert ja an diesem gewässer so einiges ja unter anderem auch den den keiner haben will damit die anfängt und mit übel aufhört will hier keiner und wenn machbar auch nicht seinen komischen großcousin damit er anfängt und mit apfen aufhört das muss auch nicht sein solange es bei siegling kaspern und bei allen hasen bleibt wenn ich da gar nicht nur glauben sie aber gut ein die tiere das ist ein siegling das wieder ein kaspern und die laufen aber gut schon der zweite ich bin verwehrt was wollte mir zeigen wollte mir ein sichlingspot zeigen wollte mir ein kaspern spot zeigen wollte mir ein multi color spot zeigen also sich legen hasel kaspern wir werden es herausfinden kinders ich weiß nur auf der eintagsfliege geht so einiges an der schnur hier und auch den kaspern braucht man hier zum einkleben in seinen fotoalben also deshalb wahrscheinlich auch der 22er haken aber halt ein meter tief was wiederum siegling tiefe ist und die haseltiefe liegt ja eigentlich so zwischen 40 und 60 unter sich legen so 80 bis 1 meter 1 meter 10 im höchstfall noch dann sollte man langsam mal überlegen auf was man fischen will ich bin gespannt ich muss sowieso gleich zum café ich habe hunger wenn wir eine currywurst pommes holen nein meine eintagsfliegen sind gleich alle und dann sehen wir spätestens nächsten morgen wieder und dann gucken wir mal selbst gescher und dann schauen wir mal was noch den nächsten tag so eine schule denn das so machen wir das also schön wach bleiben kochen kaffee wird eine lange nacht und langer tag also dann bis gleich das ist bis jetzt der größte kaspern mit 189 dann halb neun gleich den wollte ich euch natürlich jetzt nicht voranhalten und habe hoffnung dass vielleicht noch eine einsteig ich dachte erst ein kleiner sichling dann kam er hoch und dachte ich eine garage oder so leicht golden hat für ein schmutz aber nein das ist ein richtig gut silber bringender fisch mit 189 dann ob sie zaubert ein beim fischhändler doch ein verlegenes lächeln auf den lippen aber wie gesagt da schauen wir uns dann in ruhe an ich gehe gleich erstmal eintagsfliegen kaufen guckt beim café vorbei sollte da einer von den kameraden drin sein werden wieder gleich dort verklappen bevor das ausläuft das wollen wir auch nicht und wir uns dann ärgern dass wir irgendwie 50 besonders silber verschenkt haben ja auch nicht nur so die sonne briet aber immer noch um viertel von neun hier mit 30 grad vom himmel das hätte ich auch mal gerne hier und wieder ein sichling in rolle na gut da ist die erste seelaube interessant will ja nur noch der brachnikoff herring von den ich sprach unter schwarz rücken herring dann haben wir sie aber wirklich alle abgefischt hier die ich angesprochen habe das wäre zu rückig noch habe ich 20 eintags fliegen so da haben wir so ein fall ich habe gerade mal eintags fliegen geholt dann haben wir hier ein kaspi drin mit 154 gramm für 45 silber da kriege ich für den hier nicht die nämlich schon mal mit und in sich legen der mir hier keine asche in der tasche zaubert genau sechs stück ohne haken ich auch schon mal mit wie das schon mal da sind schon mal 67 flocken in die tasche rein gewandert in der ersten halben stunde sehr gut natürlich habe ich nicht immer diese café aufträge gerade zur hand das wie mal frisch mit hagen ja das ist nicht so 100 gramm interessant sie glaube der muss ein bisschen größer werden hase bringt mir gar nichts hat keine hagen siegling ist dann auch so ab 700 gramm wieder interessant so dass man sagt gut wenn ich davon setzkeller voll habt dann lohnt sich das auch aber wenn wir jetzt hier direkt auf dem siegling stippen sollten den tag über um hier die trophy ab zu fischen an der acht uhr war die seelaube ja die habe ich schon ja 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 da dann sollte man da auch nicht so auf die kugel achten aber das sage ich ja jedes mal wenn wir speziell auf ein ein tier gehen ja da ist der kaspi der bringt natürlich silber ab einer gewissen größe und als trophy sowieso so und wenn wir dann so spot haben wie jetzt wo wirklich hasel kaspi seelaube nehme ich erstmal raus sie ging nur einmal an eine schnur aber hasel kaspi siegling eine eine schnur wandern sollte ein das auch erst mal völlig egal sein was man da an silber raus prescht aus dem gewässer solange der spot läuft sollte man dann versuchen wirklich diese drei bilder in sein album reinzukleben und zu sagen schildert um pp schildert ob die kohen ich will die fisch sagt aber das ist ja immer so an sich sagen jeder versteht anders ist ja jeder hat er so seine andere wahrnehmung dieses sports jetzt aber noch die 75 127 dafür muss ich nur fast ins wasser hin gut kennen das ich mach mal weiter der frühe morgen geht gleich los und dann schauen wir mal was dann noch ein läuft gerade morgens sollte der kaspi noch mal wieder kommen und vielleicht sogar die seelaube ja und jetzt geht das wieder los ne sich links steigt gut ein gegen 8 uhr morgens nacht durch gefrischt nicht allzu viel passiert das ist da kennt man ja als stepper das ist jetzt nicht so unsere zeit es sei denn wir stehen am feuerweller steig und versuchen irgendwie den schlammpeizker und die südlichen neunstachler da kriegt man auch mal was eine schnur und sei es nur ein giebelkarrausche kaul barsch oder eine olle schlei aber hier im fließgewässer nachts schwierig also all to fail passiert dann nicht haben wir auch nur ihren gewissen raum an drift und das haben wir halt im feuerweller steig nicht da können wir die posen schön stehen lassen und auf dem fleck angeln es sei denn wir haben 80 meter sind die sekunde dann haben wir da auch trifft ja kaspi mai fisch und sie glaube es auch noch mal eingelaufen da ist der erste kaspische schwarzrücken herring jetzt noch der praktik hoch herring kommt dann haben wir aber wirklich alle abgebacken hier also eine hase mal schön mit haken die erste noch mal ein kleiner kaspi noch mal eine seelaube und ansonsten sind wir in ein anderes fenster gegangen wir kennen das spiel flottes weg sichling ist da steigt der siegling jetzt wieder ein wie ein großer knapp eine stunde mit der nacht zwischen also effektiv sei mal 40 minuten gefischt also 15 minuten sind jetzt hier ich sage mal so zehn minuten sie mal ab von der nacht und dann bin ich auch relativ spät angeht kleiner siegling aber wir haben gesehen da sind auch viele im café ab und an mit 60 gramm ihr solltet also bevor ihr hier dann auf siegling geht oder auf was auch immer einmal ins café reingucken euch einen überblick verschaffen na was wollen die an tiere und wie groß müssen die sein nicht dass ihr euch hinter ärgert dass ihr die ganzen sieglinge mit 100 gramm oder so weggeknüppelt hat und dann geht ihr zum café und sagt verdammte hacke da hätte ich noch mal 20 silber holen können da tut ihr nun auch nicht die eintags fliegen kosten ja auch kohle und dann nimmt man dann auch mal so ein bisschen klimper silber mit und sei es nur für die reisekosten und um sich nicht zu ärgern dass man die ollen viecher zurück gesetzt hat so kann ich da darf ich anderes darf ich anderes fenster darf ich ja habe ich mir doch anscheißen wollte ich ja nicht nächster kaspi ein kaspi haben wir schon verhökert macht fünf und sich legen ist natürlich hier main ja da haben wir schon verknüppelt auch beim fischhändler da haben wir auch noch mal ein bisschen silber abgegriffen mit der unermaßigen tiere das ist das was ich gerade angesprochen habe proktor rein bevor ihr euch ärgert oder aber solltet ihr das vergessen haben ich lasse immer so 56 ohne haken im schnitt mit dem kescher um auch noch mal sicher zu gehen und dann kriege ich da halt nur 20 kubber für das ist mir dann aber auch egal bevor ich mich halt zu tode ärgere gut ich versuche man noch ein bisschen weiter und gucken wir was noch so passiert dass eine hase seelope hase und dann kommen wir mal am ende der tagschicht rein ich werde ein bisschen länger als eine stunde stehen heute da ich letzte nacht hätte ich war jetzt kommt die hase letzten tag relativ spät angereist bin und hier diese ganze vormittags geschichte nicht so wirklich hatte und nicht abtesten konnte aber das machen wir jetzt schauen wir uns mal an ob die frischfarbe jetzt wechselt wieder ein siegeln bevor ich da flott raus schmeiß 13 uhr bin ich angekommen da ging das los und wie gesagt diese ganze vormittags geschichte habe ich gar nicht gehabt also den frühen morgen nach der nacht bis zum mittag das holen jetzt nach dann haben wir eine stunde rum und dann werde ich noch mal ein bisschen weiter fischen und mal gucken ob der spot denn nach einer stunde immer noch gut regentiert läuft oder eher nicht so das ist mein plan kinders schauen wir mal so eine stunde eine minute das nach einer stunde drin spot läuft bis jetzt immer noch kaspi lief noch mal eine kleine hasel ansonsten der siegeln 53 tiere in einer stunde potpourri zwei kleine döbel paar haseln zweimal hat könnte man dann mit einer entweder größeren hagen also 19 oder halt noch feiner auf dem 24er wie an der bleia müsste man dann hier rum experimentieren aber solange der so als beiläufer drauf geht ist mir das egal bleibe ich beim 22 erhaken weil das ist dann auch der beifang sechs insgesamt einen haben wir schon verkauft der sonne interessant die sind noch mal zwei mal drauf gelaufen die bringen aber auch nicht oder fällt und halt der siegeln ja also siegeln läuft hier 75 127 ein meter tief 22 erhaken eintags fliegen lage könnt ihr natürlich auch die doppelte eintags fliege nutzen und schauen was dann passiert aber die anweisung war ja klar eintags fliegen solo so und jetzt sind wir über eine stunde hinweg und jetzt schauen wir mal wie es so weitergeht mit der frequenz und was so passiert und ob es sich lohnt hier längere zeit stehen zu bleiben oder ob man dann einfach mal den spot wechseln sollte auf irgendwas anderes zum beispiel wieder mal mit schweren stippen auf dem amur versuchen oder auf dem großmäuligen büffelfisch den spot hier einfach mal ein zwei stunden ruhen lassen und dann wieder ans gewässer aber das finden wir jetzt heraus können dass das denn fünf bis ein halber hebe bis mini sich nehmen na gut so man merkt aber schon dass die frequenzen fischen nach unten gegangen ist das ist jetzt nicht mehr ganz so wild wie am ersten tag gegen abend kommt dann auch der caspy mal wieder vorbeigeschiedert also bei fan caspy eigentlich ist so jeder hauptfisch der siegling dann kommt die hasel zwar nicht immer mit harten aber die ist so am zweitmeisten vertreten und dann kommt der caspy mal fisch einfach einmal an eine schnur vorbeigeschossen und bringt sich auch noch mal in erinnerung und sag ich mich gibt es auch noch ich bin auch noch da ich möchte hier mitspielen ja wählt mich nicht immer als letzter eine gruppe so das ist dann so so der hauptfang hier ja die hauptfarben siegling hasel caspy mal fisch dann kommt irgendwann die verwerte seelaube aber auch jetzt nicht so häufig dass ich sagen würde hier habt ihr gut chancen die seelaube abzufischen hier habt ihr auf jeden fall gut chancen richtig gut chancen den siegling abzufischen und eine chance den caspy mal fisch mitzunehmen ja ob jetzt als trophy ja vielleicht habt ihr glück und euch läuft ausgerechnet man etwas größeres tier auf die schnur ich hatte ja der erste den ich hatte da wollen ja auch irgendwas über 180 gramm oder so da fehlt dann auch nicht mehr allzu viel ihr seht ja schon jetzt gegen abend kommt er wieder sogar häufiger als am ersten tag würde ich fast behaupten kann aber auch täuschen oder ich habe eine wahrnehmungsstörung keine ahnung eine stunde 17 minuten kommen die 70 machen wir noch voll egal war da jetzt eine schnur rennt und dann gehen wir zum café da wird sich jetzt nicht viel geändert haben denke ich mal seien da sind neue aufträge reingekommen und dann werden wir den fisch mal loseisen und gucken was der ganze gebracht hat aber noch mal sonst spot ja siegling kann man selber mit fischen wenn er über 700 gramm geht dann bringt er ein beiden watt und wenn man damit ein setzgescher voll hat dann kann man sich freuen dann kann man auch sagen ich habe ein bisschen silber gesteppt ep mäßig mit der ul geht auch klar liegt immer so beim tausender dann ja wenn ihr dann 100 sieglinge fangt von 700 gramm bringt euch jetzt im ep bereich da unten links nicht so wirklich weit aber man läuft hier nicht ganz blanco vom sport und interessanter beiläufer nehmen wir mit hasel und silber bereich oder silber gehalt her interessant ist hier auch hier kann man wieder mit der faustriegel um die ecke kommen so ab 100 gramm jetzt dann schmackhaft das ist dann eine bessere laube haben wir eine haselt bin und noch vorher da reinkommen weil hier ist der siegling den haben wir aber nicht einmal mit 800 noch gramm da solltet ihr dann vielleicht mit der mit der harten größe ein spielen aber dann könnte es sein dass ihr den kaspi meifisch in kameraden hier er siebt 100 gramm 90 gramm ist auch noch okay ja ich sag mal hier ein zehner ein zehner pro tier schon ist schon okay 75 gramm hat das tier hier und dann hat man hier alleine schon irgendwas bei 46 dann die noch mal 16 12 also das lohnt sich dann schon wenn man den als beifang auf die schnur bekommt ja die sehlaube lohnt sich da nicht so wirklich außer sie hat hier 172 kam und der siechling wie gesagt ab 700 gramm kann man dann so mit sechs paar gehackten rechnen und wenn man damit ein setz geschehen voll hat und man hat schnellen setz geschehen mit den neuen siechlingen voll dann bringt auch noch mal ein wenig was alle fische insgesamt 196 in einer stunde 17 minuten mit dem café aufträgen irgendwas bei 250 taten oder so das ok für eine stippe ist das schon ganz in ordnung und noch mal das ist ein spot wo man versucht das tier ab zu backen den siechlingen kaspi meifisch vielleicht die sehlaube wer weiß was da morgen reinläuft das weiß ich nicht ja aber zurzeit ist es halt der siechling der gut eine schnur geht als beifang halter kaspi meifisch der gut silber bringt und auch ip tatsächlich wenn man mit der url unterwegs ist kann man dann noch ein bisschen ep abschnappen silber abschnappen und vielleicht sogar eine trophy das wäre natürlich weltklasse dann hättet ihr das tier hier weg und wie gesagt das sind die zwei hauptfarben einmal der siechling dann kommt die hasel und dann kommt der kaspi meifisch und das ist die große suppenkelle kinders ich verbleibe wir mal mit einem freundlichen petri naja danke mobil für diesen spot grüße gehen raus wusste nicht genau was du von mir wollte ist aber ich gehe mal davon aus dass du den siechling meins mit der überraschung des caspys wie gesagt danke dafür und dann gerne mehr davon aber kannst das nächste mal gerne schreiben was mich da erwartet das ist überhaupt gar kein problem das erhebt mich jetzt nicht aus dem sessel ja vorne bleibt stabil haltet euch geht an den sport versucht es dann kann ich mir ja wirklich gut dann macht es gut und bis zum nächsten ach so bye bye bis zum nächsten Mal